Natürlich gibt es in Florida nicht nur schöne schnelle Autos, sondern auch schnelle Boote, so wie das von Kevin. Kevins Boot hat 1400 PS und steht bei Vollgas senkrecht in der Luft, also man kann es gar nicht ausfahren. Sein Bootshaus am Las Olas ist natürlich auch ein Tipp wert. Es ist wunderschön bei ihm, vor allen Dingen der überlaufende Pool gefällt mir sehr gut. Es macht Spaß mit ihm zusammen zu sein. Es ist Florida.